Gehörn, Gehörn in Aspik und Piercing Extrem und herzlich willkommen Filmfans zu einer neuen Produktvorstellung und heute geht es um Return of the Living Dead 3 von Kochmedia in einem auf 2000 Stück limitierten, natürlich mal wieder Kochmedia-typisch kleinen, dicken Mediabook, allerdings gibt es hier keine individuelle Limitierungsnummer, was quasi bestätigen würde, dass das wirklich auf 2000 Stück limitiert ist, aber man kann wirklich sagen, dass es erstmalig eine richtige Blu-ray-Veröffentlichung ist, nach dem ganzen hochskalierten Käse, den Laser Paradise und Starlight da rausgebracht haben und da war natürlich sowieso die Frage, was die Rechte angeht, denn das wird hier so ein bisschen im Essay von Oliver Nöding am Ende zum Schluss ein bisschen angedeutet, was ich dann auch recht interessant fand und ja, Return of the Living Dead 3 ist ein Film, den ich mir jetzt zum dritten Mal geholt habe, also die erste Veröhr, die ich davon besaß, war natürlich ganz klar die Laser Paradise-Scheibe, die natürlich auch die Unrated enthielt, die Qualität war damals okay, ja, aber zumindestens man hatte den Film in der wirklich richtigen, ungeschnittenen Fassung und dann Jahre später hat natürlich dann NSM Records einige kleine Hardboxen rausgehauen mit der Unrated, aber auch der R-Rated-Fassung und da, die habe ich natürlich aus der Sammlung wieder rausgekramt und hier haben wir natürlich ganz klar Cover C. Ja, der Film selber ist der, ja, humorbefreiteste der ganzen Return of the Living Dead 3, es ist eher so eine tragische Love-Story, die mit einer recht holprigen Dramaturgie erzählt wird und sicherlich für das Budget, was man nur zur Verfügung hatte, sicherlich etwas überambitioniert war, aber ich muss sagen, der Film macht dennoch mit einigen gewissen Abzügen Spaß, ja, ganz klar, auch wenn die Darsteller ein bisschen hölzern rüberkommen, aber Melinda Clark sieht, ja, vor allem in HD, ja, immer noch sehr ansehnlich und lecker aus, auch wenn sie sich einige Sachen durch bestimmte Körperteile durchjagt und sich ein bisschen hier, wie man es auch in den Cover der Hardbox hier sieht, ein bisschen modifiziert hat, aber der Film hat schon seine Momente und, ja, ist natürlich ein Werk von Brian Jusner. Ja, wenn ihr natürlich hier diese beiden Cover ansieht, ist ihr ganz klar, dass das Cover der Koch Media VÖ schon ein bisschen kräftiger von den Farben ist, am Anfang, wie ich es ausgepackt hatte, dachte ich, das wäre fast ein gezeichnetes Artwork, aber es ist wesentlich heller, es hat auch die Schrift selber, der Filmtitel gefällt mir hier wesentlich besser, wie er angebracht worden ist, hier sieht das Ganze schon ein bisschen gequetscht aus und man hat natürlich hier auch ein bisschen mehr Bildinformationen, das Bild ist einfach klarer, heller, von den Konturen einfach kräftiger und das hat mir natürlich dann, ist mir sofort ins Auge gesprungen, während natürlich ganz klar die Hardbox hier noch den Vorteil hat, dass hier auch noch die R-Rated Fassung enthält, die eigentlich genauso lang geht, wie die Unrated Fassung, halt mit harmloserem Alternativmaterial daherkommt und es auch hier nur ein Audiokommentar von Brian Jusner und dem Produzenten Gary Schmöller gibt, den es halt nicht in der Media Book VÖ gibt, aus welchem Grund auch immer man den da nicht draufgepackt hat. Ja, die Discs sehen so aus, also an sich war das damals wirklich ein solider Release, wesentlich besser als das, was zuvor von Laser Paradise kam und ich muss sagen, dass diese Koch Media VÖ hier ein wirklich sehr würdiges Update ist und deswegen habe ich nicht zweimal überlegt, habe es sofort gesehen, als es angekündigt worden ist, okay, den Film möchte ich unbedingt noch einmal updaten, vor allem auch wegen dem ganzen Bonusmaterial und da es sich auch wirklich hier um eine richtige Blu-Ray VÖ handelt, also nichts, wie schon gesagt, hochskaliertes, auch wenn ich sagen muss, ist, dass die Blu-Ray Qualität, was Bild und Ton angeht, auf jeden Fall so solides Mittelmaß ist, da hätte man sich ein bisschen mehr aus dem Bild rausholen können, aber der Film sah einfach vom Bild her nie besser aus, nie schärfer, man sieht einfach mehr Details, während in einigen dunklen Szenen schon einiges versumpft und auch in ein paar wenigen Momenten, wenn es Nahaufnahmen von Gesichtern geht, das Ganze schon ein bisschen unschärfer ist, aber das ist sicherlich auch der Produktionsweise und dem recht geringen Budget von 2 Millionen US-Dollar geschuldet, zumal der Film eine kleine Kinoauswertung Anfang der 90er hatte und dann recht schnell in den Videotheken verschwunden ist, also die Return of the Living Dead-Rise, wie so manch andere Horrorfilmreihe aus der zweiten Reihe, dann ganz klar in die Videotheken übergewandert und war dann einfach nicht mehr im Kino gefragt und ja, mittlerweile gibt es natürlich ganz klar fünf Teile, wie man zu Teil 4 und 5 steht, muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich muss sagen, mit diesen Filmen kann man eigentlich nicht viel falsch machen, vor allem, wenn man auf diesen Horrorschlons noch steht, ja, und auf diese ganzen oldschooligen, handgemachten Effekte und wirklich auf eine sehr, sehr leckere Melinda Clark, die sich im Film dann doch ziemlich verschandelt, muss man jetzt mal sagen, aber dennoch recht cool rüberkommt. Ja, das Cover sieht natürlich vom Nahen, muss man sagen, kann man einfach noch wesentlich mehr Details erkennen, es sieht einfach, ja, wie schon gesagt, sieht wesentlich besser aus, schärfer und es ist auch nicht mehr so gestaucht, wie das Cover-Motiv auf der Hardbox, es macht einfach wesentlich mehr her, obwohl es auch wieder eine recht simpel und schlicht designte Veröffentlichung ist, vor allem, wenn wir uns das Innere des Mediabooks anschauen, aber ich muss sagen, kann man einfach nicht viel falsch machen, vor allem sieht man hier, dass es ein durchgängiges Motiv ist, das sich auch auf die Rückseite durchzieht und hier hinten haben wir natürlich noch ein paar ansprechende Szenenbilder, die Inhaltsangabe sowie eine kleine Synopsis und die Extras selber, die hier knapp zwei Stunden laufen, ohne die Audiokommentare mit eingerechnet zu haben, wobei die Audiokommentare selber hier mit Melinda Clark oder auch Brian Houston leider ohne deutsche Untertitelungen daherkommen, was ich ein bisschen schade finde, denn ich habe schon mal reingehört und die sind auf jeden Fall sehr hörenswert, sehr informativ und man merkt einfach, wie die Beteiligten mit sehr viel Spaß bei der Sache waren und natürlich auch vieles von dem Film kommentieren und Anekdoten zum Besten geben. Ja, dann haben wir natürlich hier unten noch die Credits vom Film, dann natürlich die Zusammenfassung der technischen Informationen, was DVD und Blu-ray angeht und dann natürlich hier auch noch der Hinweis, dass es ein ungeprüfter Release ist. Man hätte sie sich auch irgendwo noch hinschreiben können, Unrated, weil ich war die ganze Zeit immer überlegen, ob hier neben der Unrated auch noch die R-Rated-Fassung drin ist, aber das steht wirklich nirgendwo drauf, also natürlich macht die wesentlich mehr her, als die dann doch harmlosere, züchtigere R-Rated-Fassung. Ja, dann schauen wir natürlich ins Innere des Mediabooks rein und haben hier erstmal auf der linken Seite gewohnt, wie bei Koch, erstmal die beiden DVDs. Hier haben wir natürlich die Bonusscheibe, die mit ganz vielen Retro-Perspektiven, Interview-Featurettes daherkommt mit viel Behind-the-Scenes-Material. Natürlich sind die Extras auf DVD und Bray mit dem Hauptfilm fast komplett identisch, bis auf die Vollbildfassung, die wie schon bei Gate 2 in so einem Videotheken-Style daherkommt, die gibt es natürlich nur auf Bray, aber ob es diese Fassung überhaupt gebraucht hätte, sei mal dahingestellt, also ich hätte auch darauf verzichten können. Die Disks, wie ihr gesehen habt, sind recht schlicht gestaltet und auch das Innere ist jetzt auch sicherlich nicht der Burner, ja, also man hat hier sich wirklich nicht viel Mühe gegeben, möchte man schon fast sagen, aber bei den Koch-Media-Releases, die ich mir bisher in den letzten Jahren geholt habe, ging es mir natürlich vor allem auf die inneren Werte und da konnten diese Releases eigentlich in der Regel immer überzeugen, ja, und ja, hier hat man sich halt nicht wirklich mit drum bekleckert, aber das Äußere wäre es auf jeden Fall zu gefallen. Ja, dann kommen wir natürlich zu dem Essay von Oliver Nöding, was sehr gut geschrieben worden ist, mehr Text, es gibt eigentlich insgesamt nur vier Seiten mit Bildchen, wo man sich dann mehr bei dem Material, was es zuvor schon gab, bedient hat und jetzt nicht unbedingt von dem HD-Master nochmal irgendwelche Bilder runtergezogen hat. Deswegen ist, wenn man sich vom Nähren anschaut, die Bilder sind okay, sie sind schon leicht, ein bisschen unscharf, man merkt einfach so, dass es ältere Szenenbilder sind, die man verwendet hat, aber sie passen dann doch schon gut da rein und interessanterweise wird hier am Ende ist es Essays nochmal auf diese Veröffentlichung eingegangen, vor allem mit dem Wort in Verbindung offiziell hier in Deutschland zur Verfügung und das hat man sich natürlich dann immer wieder so ein bisschen überlegen lassen, ob das, was zuvoraus kam, überhaupt jemals offizielle Releases waren. Und ja, das ist natürlich so ein Thema für sich, aber wer Laser Paradise kennt oder auch Starlight, ich sage nur das Mini-Mini Halloween Media Book, was ja auch leider dann keine offizielle Veröhr war, der weiß natürlich ganz klar, was es damit auf sich hat. Und insgesamt muss ich sagen, mit leichten Abzügen bei der Layout-Gestaltung des Booklets sowie den fehlenden Untertiteln bei den Audiokommentaren und der relativ schlichteren Gestaltung ist es allerdings nach wie vor ein Release, den ich vor allem Freunden, ja oldschooliger Zombie-Unterhaltung oder auch Fans dieser Reihe ganz, ganz klar empfehlen kann und die von mir eine ganz deutliche Kaufempfehlung bekommt. Mit leichten Abzügen an dieser Stelle. Ja, ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, wie euch diese Media Book vor Ö gefällt, die auf 2000 Stück limitiert ist, allerdings keine Limitierungsnummer hat, was eigentlich auch vollkommen egal ist, wie ihr den Film so findet, was vielleicht euer liebster Return of the Living Dead Teil ist, was allerdings sicherlich auch nicht allzu schwer wäre, an dieser Stelle zu beantworten. Oder auch das Thema, was offizielle Releases angeht, auf Blu-ray oder auch auf DVD, könnt ihr eure Gedanken wieder in den Kommentar reinposten. Würde mich mal wieder freuen. Das war es auch mit dieser Produktvorstellung zu Return of the Living Dead 3 im Media Book aus dem Hause Koch Media. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zu einer neuen Produktvorstellung oder zu einem anderen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.